Jede Mama kennt's, der Tag startet einfach viel zu früh, aber bei uns hat sich der Sonnenaufgang wenigstens gelohnt. Bei uns wird ja heute wieder Friseur gespielt und das klappt richtig gut. Und das war das Ergebnis. Wir wollen heute einen kleinen Ausflug machen. Mein Bruder ist zu Besuch und wir wollen ihm die Insel zeigen. Aber erstmal wird eine Runde gestillt. Wir sind nach Mogan aufgebrochen. Das ist eine kleine Hafenstadt und wir mögen sie sehr. Sie wird auch Flower Town genannt, weil hier unglaublich viele Blumen wachsen. Die habe ich aber nicht gefilmt, weil ich damit beschäftigt war. Den Kleinen eine Dreiviertelstunde in den Schlaf zu wuppen. Endlich die wohlverdiente Stärkung. Für mich gab es Smoothie und ein glutenfreies Avocado-Brot. Glutenfrei, weil der Kleine darauf reagiert, wenn ich ihn stille. Nicht nur mein Kleinster war von dieser Decke fasziniert, sondern auch ich. Im Café gab es für mich noch einen kleinen entkonfinierten Kaffee als Stärkung. Und dann back to the business. Breastfeeding.